Bei kleineren Menschen ein bisschen weicher, wie ihr hier seht, und bei größeren Menschen ein bisschen härter. Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder, Patrice und Dirk von Tennis Point. Erstmal hoffen wir, dass es euch allen sehr gut geht, dass ihr es genießt, dass wir uns wieder auf den Plätzen aufhalten dürfen, dass wir alle wieder spielen dürfen. Heute haben wir mal ein Thema für euch vorbereitet. Ihr habt wahrscheinlich alle schon mal davon gehört. Es gibt steivere Rahmen, es gibt softere Rahmen. Was ist der Vorteil von dem steiveren? Vielleicht der Nachteil, umgekehrt genauso. Für welchen Spielertypen ist es überhaupt geeignet? Für den Anfänger? Was spielen überhaupt die Profis? Deswegen umso schöner, dass wir so einen alten Hasen, alter Hase, wieder dabei haben, der natürlich immer bei den Turnieren, wenn er die Profis betreut, auch mal schnuppern geht, auch mal reinhört, auch mal fragt. Mit den Jungs ja auch teilweise trainiert. Patrice, wir haben so ein bisschen was hier vorbereitet. Ja, breite Auswahl. Du hast ja schon einen ganz guten Einstieg gefunden. Du bist sehr aktiv im Beraten, im Verkaufen oben. Ja, sag du uns doch mal kurz, für wen du welche Rahmenhärte siehst. Also, in der Praxis stellt es sich so dar. Häufig kommen die Kunden zu mir und sagen, von wo sie auch immer die Informationen haben, ja, ich möchte bitte einen soften Rahmen, weil ein harter Rahmen geht ja auf den Arm. So, das lasse ich erstmal so kommentarlos erstmal stehen, weil ich möchte erstmal die Informationen des Kunden, möchte ich ja erstmal bekommen, was er vielleicht vom Trainer, vom Spielpartner, von wem auch immer dann erhalten hat. Das kann ich nicht immer ganz bestätigen. Tendenziell würde ich sagen, dass vielleicht der etwas softere Rahmen, da gibt es ja verschiedene, da gehen wir gleich darauf ein, vielleicht am Anfang die optimalere, bessere Lösung sein könnte. Aber da bleibe ich bewusst im Konjunktiv, weil da gibt es auch keine Faustformel. Wir sind der Meinung, dass vielleicht der absolute Einsteiger, Neubeginner, vielleicht die etwas größere Schlagfläche ruhig nutzen sollte, weil es einfach ein kleines bisschen verzeihender dann ist und man immer am Anfang auch mal Bälle nicht ganz mittig im Schläger trifft und vielleicht ganz froh ist, wenn der nicht sofort anfängt zu wackeln. Deswegen mal symbolisch vielleicht eine Stelle, den Wilson Ultra 108. Die 108 besagt etwas über die Schlagfläche, das ist eine Square-Inch-Angabe. Sehr verzeihend, kein hohes Gewicht, easy zu handeln, gut für den Einsteiger, super charmant aber auch für vielleicht den Senior, die Seniorin im Döppelchen, für Slice, Volley eingebaut, alles so Kleinigkeiten, die das Leben einfach erleichtern können. Jetzt für die Nicht-Super-Spezialisten, ihr könnt vielleicht mal einen Schläger nehmen, brecht ihn nicht durch, aber wenn ihr den übers Knie biegt, kriegt ihr ein leichtes Gefühl dafür, ist der Rahmen jetzt etwas weicher im Kopf gerade oder ist er ein bisschen steifer. Ich würde für einen Einsteiger oder für einen Hobbyspieler eher zu einem etwas steiferen Rahmen tendieren. Warum? Damit das Ding sich nicht beim Schlagen verdreht. Und wie kriegen wir das hin, dass der Rahmen sich trotzdem soft anfühlt? Okay, Open-String-Pattern. Was heißt das? Offeneres Seitenbild. 16er, achtet drauf. Hier zum Beispiel bei dem Ultra 108, da kann ich fast mit meinem Finger durch. Die Seitenabstände sind sehr groß, das heißt, der Ball taucht tief ein, gibt mir ein softeres Gefühl, obwohl der Rahmen vielleicht gar nicht so soft ist. Also wie gesagt, da muss man ein bisschen sich beraten lassen, wenn man dann noch nicht der Spezialist ist. Aber das wäre jetzt unsere Empfehlung. Alternativ natürlich Seitenmaterial. Gibt es ja auch softeres Material. Beseitungshärte kann man auch ein bisschen softer machen. Habt ihr das gerade gehört, was Patrice gesagt hat? Anfänger, warum nicht auch den steiveren Rahmen, damit das Sich-Verdrehen einfach nicht stattfindet, damit das Verzeihen da bleibt. Und wir versuchen ja immer so ein bisschen beide Seiten zu spielen, so zwei Rollen einzunehmen. Und auch an der Stelle, glaube ich, kann man frühzeitig raushören, dass es keine wirkliche Faustformel gibt. Ich möchte nur mit der Idee oder mit der Meinung von vielen, die immer wieder gespiegelt wird, harter Rahmen, schlecht für den Arm. Das kann ich so nicht unterstreichen. Wenn dem so wäre, du kannst ja mal exemplarisch einen relativ steifen Rahmen, vielleicht in dem Fall, mal rausnehmen. Haben wir jetzt einen Barbula Pure Drive einfach mal genommen. Wenn dem so wäre, wird kein Mensch der Welt diesen Schläger spielen oder irgendeinen Schläger aus der Serie. Und das ist ja gar nicht der Fall. Eine der meistgespielten Serien weltweit. Richtig, genau. Eine der meistverkauften Schläger weltweit. Wenn du ihn spielst, wenn du hast ihn auch x-mal gespielt, du hast ja nicht das Gefühl, dass das ein RA-Wert bei 70 ist. Offenes Seitenbild. Damals war es noch das Woofersystem. Jetzt ist es erweitert worden. Das Eintauchen des Balles fühlt sich sehr soft an. Also wie gesagt, es gibt immer viele, die sagen, ja, die Profis, die spielen alle ganz weiche Rahmen. Ja, das ist richtig, viele Profis spielen weiche Rahmen. Aber es gibt auch viele, die etwas härteres spielen. Was bewirkt denn der weiche Rahmen? Es ist einfach ein kleines bisschen softer. Ihr müsst euch das vorstellen, Ball taucht ein, ein kleines bisschen macht der Rahmen vielleicht an der Stelle mit. Du hast gerade symbolisch dieses übers Kniebiegen mal gebracht. Es wird vielleicht so ein kleines bisschen der Ballkontakt verlängert, gefühlt, längeres Pocketing. Und das ist oft ein Gefühl, was die Profis mögen, weil die haben ja eh schon alle so einen schnellen Arm und die möchten einfach das Gefühl haben, den Ball länger im Schläger zu haben, dass der nicht einfach nur weggeht, sondern die wollen den ja genau bestimmen. Es geht ja auch um Kontrolle, es geht ja auch um Genauigkeit. Kann aber sein, Patrice hat es vorhin schon mal erwähnt, dass dann der steivere Rahmen, der härtere Rahmen für den Einsteiger zum Thema von ganz am Anfang das Leben erst mal erleichtert. Also ich möchte nur so ein bisschen mit dem Klischee aufräumen, harter Rahmen, schlecht für den Arm. Das sehe ich so nicht. Da spielen andere Faktoren auch noch eine Rolle. Griffstärke, Seitenmaterial, Beseitungshärte. Also klar, wenn ich mir jetzt auf einen harten, steifen Rahmen noch eine 28 Kilo brettige Seite draufknall, ja, dann wird es auch irgendwann ein bisschen schwierig. Dann kann es sein, dass es ein bisschen scheppert im Arm. Aber dafür sind wir ja da im Rahmen der Beratung, um das vielleicht anzupassen, um das zu individualisieren. Du weißt, ich bin da das beste Beispiel. Ja, du spielst bretthart. Ich spiele mittlerweile bretthart, aber du weißt auch, dass ich vorher einen härteren Rahmen gespielt habe mit 18 Kilo. Und jetzt spiele ich einen etwas deutlich weicheren Rahmen mit 34 Kilo. Vielleicht nicht zu empfehlen, das auch auszuprobieren. Ich konnte es erst nicht glauben. Gib mal die Kelle rüber. Ich möchte mal in unserem Simulator mal ein paar Schläge machen. Ich hätte niemals gedacht, dass das wirklich 34 Kilo sind. Vorher hätte ich blind unterschrieben. Damit spiele ich keinen Ball auf die andere Seite an die T-Linie. Bin ja ein bisschen verletzt. Mir wird das sofort wehtun. Ich war echt erstaunt, wie komfortabel sich das dann in dieser Kombination angefühlt hat. Also wir haben auch prominente Beispiele. Auch wenn er jetzt gerade in Wimbledon ausgeschieden ist. Leider. Leider ausgeschieden ist. Ihr habt ja uns noch, wir bleiben hier. Roger Federer hat früher einen kleineren Rahmen gespielt. Schmaler, weicherer Kopf. Hat sein Spiel verändert. Und den deutlich steiferen Rahmen jetzt genommen, mit dem er spielt. Weil, sag ich mal, er sagt, er braucht ein bisschen mehr Kontrolle, Power, weil er näher an der Linie spielen muss. Und jetzt in seinem etwas höheren Tennisalter. Auch ein Beispiel dafür. Ich glaube, das war auch Rafael Nadal schuld. Der, glaube ich, auch aufgrund der einen oder anderen Niederlage, die Roger damals erleiden musste, dazu beigetragen. Diese ewig hohen Spin-Bälle in die Rückhand von Roger. Er wollte ja früh nehmen. Also Irrmann hat er verstanden. Mit Slice, drei Meter hinter der Baseline, wird er ihn nicht schlagen. Er muss das Ding früher nehmen. Und ich glaube, das hat er auch noch ein bisschen mit reingespielt. Also auch die Profis experimentieren da viel rum. Ja, das war es, glaube ich, von unserer Seite. Ein kleiner Einstieg. Also wie gesagt, es gibt immer Pro-Contra. Aber am Ende des Tages gibt es nicht eine Wahrheit dazu, ob ein steifer Rahmen oder ein weicher Rahmen das Richtige ist. Die Kombi mit Seite, mit Beseitungshärte macht da auch unheimlich viel aus. Und im Endeffekt, du, lieber Kunde, liebe Kundin, ihr seid entscheidend. Wir wissen nicht hundertprozentig, wie sich Dinge für euch anfühlen. Deswegen unsere Empfehlung immer, Dinge ausprobieren. Ruhig mal einen Testschläger in die Hand nehmen, mal mitnehmen, mal fühlen. Ich bringe immer bei meinen Kunden das gleiche Beispiel. Wenn ich jetzt auf einer Matratze superbequem schlafe, kann es aber sein, dass der Nächste darauf schläft und kriegt extreme Rückenschmerzen. Ich behaupte, das ist die Beste der Welt. Und der Nächste sagt, darauf kann man nicht liegen. So individuell kann es auch bei einem Tennisschläger sein. Deswegen probiert ein paar Sachen aus. Lasst euch nicht zu dolle von außen beeinflussen, sondern vertraut euch selber, auch ihr Anfänger. Vertraut euch, ihr merkt, was sich gut für euch anfühlt. Wir geben euch Unterstützung in der Beratung. Klar, passen auf, dass es keine zu extremen Ausreißer gibt. Vielleicht noch so eine kleine Faustregel für euch zum Überlegen. Wenn der Kopf etwas größer wird, darf der Rahmen auch etwas steifer sein, damit er stabil bleibt. Bei kleineren Köpfen gerne was weicher. Bei größeren ruhig ein bisschen steiferer, eher A-Wert. Bei kleineren Menschen ein bisschen weicher, wie ihr hier seht. Bei größeren Menschen ein bisschen härter. Belassen wir dabei. Bleibt gesund, alles Gute. Vergesst bitte nicht, den Kanal zu abonnieren. Gerne ein Like da lassen, gerne einen Kommentar da lassen. Vielleicht habt ihr andere Erfahrungen gemacht. Schreibt es gerne mal. Wir würden uns darüber freuen. Alles Gute, bleibt gesund. Euer Patrice, euer Dirk. Ciao. Ciao. Advantage U.